so hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen net show und zwar zu minecraft und zwar zeige ich euch jetzt meine survivalwelt das hatte ich ja schon seit langer zeit mal vor und ich muss mal eben mein stuhl richtig hinderücken und ja man sieht ich benutze meine kraft weil da ist gerade eine tür zugeknallt weil fenster auf war auf jeden fall ich benutze wieder mein meine kraft weil unter anderem lag das mit den ruckeln auch an den texturen pack jetzt ruckelt zwar auch noch so ein bisschen aber das ist halt so das typische minecraft rumbacken also rum ruckeln und ja ich hab auch ob die feinen aktualisiert und jetzt läuft eigentlich alles wieder ganz zack und hab mir gedacht manchmal das versprochene let's show dass ich so ein bisschen die länge ziehen wird das heißt das werden nicht nur drei vier folgen sein nein es wird eine eigene playlist kriegen es werden so 10 15 folgen werden und ja es wird jetzt ich versuche das alles in der restlichen zeit der ferien fertig zu kriegen so dass ich wenn die ferienende sind auch dieses let's show zu ende ist ja es ist momentan ein let's play mit einem kumpel geplant für landwirtschaft simulator 2013 das problem schnur durch irgendeinen grund ruckelt das bei mir wenn ich multiplayer macht und gleichzeitig aufnehmen auch wenn das mein server ist also ich bin mal komplett alleine auf dem server habe ich gespielt und zwar auf meinen eigenen und das hat geruckelt als gäbe es keinen morgen mehr und ja da muss ich noch ein bisschen was rum probieren und dann kann es sein dass es vielleicht so ein kleines wochenendprojekt wird wo wir ja ich und mein kumpel halt mal hin und wieder landwirtschaftssimulator zocken werden und ja also wir fangen jetzt mal an mit dem let's show wie versprochen und zwar fangen wir an mit meinem haus und ja da gehen wir mal gleich in dem eingangsbereich und hier sehen wir schon zwei kisten ist halt krimskram drin also ich zeige euch jetzt nicht alles was in kisten drin ist so dann sind wir hier hier ist mein flur hier ist mein hund ja du bist ein lieber und du bist ein ganz lieber und ja genau ja dann gehen wir erstmal nach oben und hier haben wir jetzt meine kleine mini bibliothek wie man hier sieht schön die bücherregale mit connecting textures verbunden das liebe ich und ja dann geht es ein bisschen weiter hier hängt eine karte von meiner spielwelt und ja hier habe ich halt so einen kleinen lagerraum kann ich noch mal zeigen hier holz sand stein halt der ganze übliche kraft hier hat man eine schöne aussicht und ja dann habe ich halt mein schlafzimmer da waren wir grad schon und die ganz originellen kleiderschrank mit pferderüstung drin also origineller geht es gar nicht dann gehen wir jetzt mal hier hinten runter hier habe ich meine meter warzen fahren hier durch meter warzen anpflanzen und hier in die kisten packen und daraus mache ich dann in meiner in meiner kleinbrauerei getränke wer sich jetzt wundert hier ist kein wasser drin ich habe extra eine menge einmal gemacht hier unten mangelt es mir nicht an wasser das heißt ich muss nicht immer hoch rennen ich will hier raus hilfe ich werde gefangen genommen vor meinem eigenen raum das ist das nein na und okay dann rüber schädel also rüber stillet schädel wer sich jetzt wundert wieso habe ich dann nicht gegen den rüber gekämpft weil gegen den rüber hab ich schon gekämpft also ich habe jetzt sozusagen dreimal also insgesamt sechs rüber schädel gehabt und ja aus drei habe ich mit dem rüber gebaut und gegen den gekämpft und die restlichen drei habe ich einfach aufgehangen einfach nur so als deko und hier sieht man hier ist mein keller viele kisten hier steht alle was drin genau hier geht es zu meiner bar die habe ich mir mal also ganz ehrlich diese war hier war nicht meine eigene idee nein diese bar dessen idee das war die von mein opa also mein opa hatte die idee dass ich hier eine bar baue ich habe den das gezeigt und er hat gesagt auch noch eine ball und nicht so gute idee und ja hier haben wir lehre tun wo noch irgendwas rein kann und wie man sieht wir sind hier so ziemlich unter wasser deswegen habe ich das ja eigentlich gebaut weil ich hier so schön unter wasser blick haben wollte ich habe ich ja auch schon das quats verbaut was seit der 1.5 gibt das sieht schon so ganz schön aus so ja dann haben wir hier ein hebel hier geht es dann in einer bibliothek und in dieser bibliothek geht es dann wer meinen kanaltrailer gesehen hat der weiß wo es hier hingeht so hier geht es dann in einem in einer weiteren bibliothek und wie man sieht diese bibliothek hier war früher mal da war da habe ich einfach wasser drüber laufen lassen außer die beiden die habe ich da selber hingebaut und ja die war eigentlich so nun lava sie zwischen die steine könnte man sagen und dann habe ich einfach wasser drüber laufen lassen hier dann noch ein bisschen obsidian hingebaut ja und ich sehe gerade ich nehme 30 fps auf das heißt es läuft alles takku und ja ich meine markten versteckt ich wollte gerade sagen die die kiste gar nicht mehr auf stiefeln wir mal wieder hoch ich bin momentan auch im überlegen bin mir allerdings nicht so ganz sicher ob ich vielleicht das hier alles auch noch mit bücherregalen macht allerdings allerdings kann ich dann wieder eine menge papier herstellen und ja sobald die aufnahme zu ende ist tue ich mal ganz kurz noch wieder ausmachen weil ich will gleich noch eine kopie der welt erstellen dann können wir noch ein paar eine kopie der welt wo war das mit machen können tür bleibt zu kein wunder dass die türen nicht so wollte ich möchte mich erstens meine küchenzeile noch nicht gezeigt und und mein schön brot spender ja hier kommen brote raus ich fotte übrigens gerade mal brot und hier sieht man das brot von gerade ist im inventar das kann ich wieder wunderbar drauf packen und dann haben wir so und dann habe ich hier meinen wunderschönen garten wo ich viel weizen angepflanzt habe hier meine kakao farm meine kürbisse und milonen da sind meine ja da ist mein zuckerrohr hier ist mein schwein das waren etwa zwei schweine wurde zweiter hin das weiß ich nicht komisch irgendwie macht das spiel gerade als doppel hier ist mein treues rost und nein ich benutze nicht die moe creature aus morgen nein das hier ist die minecraft 1.6 hier gibt es werde so hier ist halt mein meine schweine mein schweinestall hier habe ich so kleinen teig angelegt hier die beiden gitter die sind ja nur weil ich wusste nicht wohin damit da habe ich wieder einfach mal verbaut und dann fand ich das gut aussieht und dann habe ich mir gedacht war rausreißen ist dann auch nicht gut habe ich es drin gelassen so hier sind ist meine schafsherde die auch mal mehr war also in der 1.5 da gab es halt so ein paar probleme und dann ich weiß nicht woanders lag das war irgendwie so ein back und dann sind mir manchmal tiere ausgebüxt das schaf war damit mal da drin oder da hinten sieht man zum beispiel das schwein was eigentlich mal da mit drin war und sind eigentlich meine wiener doch da mal kurz nachgucken ja hier ist mein hüterstall da ist aber auch nur noch ein und ich habe eier aufgenommen wie viele denn wo zwei einheit ich wollte gerade schon ein scherz mit zwei eiern so ich stelle mal kurz auf friedlich dann können wir uns nämlich noch ein bisschen weiter oben sehen ich stelle gleich dann auf normal das hat jetzt erst mal nur so seine gründe ja hier sind